Was geht ab? Ich bin's Eugen von Team Smilodox und heute stelle ich euch meine drei Favoriten aus dem Smilodox Sortiment vor. Das erste habe ich jetzt hier schon an, den Oversize Hoodie, Zip Hoodie mit Kapuze. Feier ich auf jeden Fall mega krass, weil der so lässig und fluffig einfach auf dir drauf liegt. Das ist nicht so beklemmend und ich mag sowas, wenn ich in der Freizeit rumlaufe, das muss einfach locker auf dir drauf liegen und ich muss auch sagen, der ist sehr kuschelig, feier ich auch. Zweiter Teil haben wir direkt hier parat. Das trage ich gerne in der Freizeit und damit gehe ich unheimlich gerne zum Training. Ist auch ein bisschen körperbetonter, ist auf jeden Fall kein Oversize. Das heißt, man sieht die Muskeln. Ist atmungsfähiges Gerät, wollte ich sagen. Stoff. Auf jeden Fall ist krass. Damit trainiere ich sehr, sehr gerne in Kombination mit der Hose, die ich anhabe. Das ist nämlich diese hier. Smiledogs mit der Radler unten drunter. Also eingenähte Radler. Feier ich extrem. Sehr bewegungsfähig. Also das sind die drei Sachen, die ich auf jeden Fall bei Smiledogs am liebsten trage. Und das würde ich euch auch empfehlen zu kaufen, Freunde. So, Freunde. Ich habe euch jetzt gezeigt, was ich gerne von Smiledogs trage. Empfehle ich euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben, Abo dalassen, Glocke anmachen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.